Wo ist dieser Cage? So, was das mag ich aufs Screen? Das Level? Ja. Das ist sowas von kein Sinn, da ewig zu suchen und dann finde ich nichts. Du bist weit gekommen, denn an deiner Stelle würde ich jetzt speichern. Na? So, jetzt haben wir das gespeichert, die Stelle. Mal sehen, ob ich da rüberkomme. Ach, nee. Nochmal. Nein! Mann, ey, das ist doch scheiße. Jo. Jo. Ich bin nur eben da rübergekommen. Was soll denn der Mist? Ja, du sollst ja auch springen, du Dämm. Nein! Ey, es ist gar nicht einfach. Diese Balance ist weit. Ach, fuck! Ilhaar! Ah! Oh, oh, oh! Mann, das ist doch zum Kotzen, ey. Ja, flieg doch da rund, da ist klar. Wir bleiben nicht mehr drauf, das Stückhaufen. Rennt da noch zu weit. Was soll ich denn machen? Was soll ich hier tun, hm? Ne, der kriegt das nicht hin. Das soll er auch nicht machen. Dann bleib dicht drauf, ey. Ich hasse es, Mann, ey. Ich muss wissen, was da drüben ist. Nee. So, drüber. Und tschüss. Ja, mhm. Der Affe noch nicht mehr drüber. Ich könnte brechen. Ja, kann man brechen vor Rot. Nö. Ich will doch nur drüber. Verdammt. Ja. Ey, was ist das? Na, jetzt will er rennen. Wenn wir in die falsche Richtung, wunderbar. Nein. Was soll ich natürlich nicht machen? Nee. Falsch. Es ist gar nicht so einfach zu sprinten. Mal nachdenken. Irgendwie muss man doch drüber. Aber Stan mischt ja nicht. Stan for lamb. Lamb for damn, for damn, for damn, for damn. Jetzt will er. Und hier ist im Endeffekt nur Geld. Was macht ein Händler hier? Wer für Personenmüll? Ach, ich bin weg. So, warte, sind das Anobis Zombies? Sieht so aus, ja. Und geht drauf. Was heizt ihr davon? Das sieht echt viel ab. So, waren das jetzt alle? Was soll ich denn hier? Heilung. Nice. Oh, oh. 1, 2, 1 So, kommt mal her. Oriented Child. Ein Stück. Alter! Geh doch drauf. Und geh hier drauf. Ist das noch mehr? Was ist denn dieser Ort hier? Geh! Dann geht's weiter. Okay. Spannend! Hier geht's anscheinend mal weiter. Ich habe gleich keine Flammen mehr. Hier ist auch ein Weg. Schiegeräte. Aha. Erstmal die Kiste hier hin. Dann darauf. Wer war denn das jetzt? Aber ich habe so eine Ahnung, was wir tun müssen. Da müssen wir jetzt rauf. Jetzt machen wir den weg hier. Dann kommt der da hin. Und ich brauche schon wieder Licht. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu kapieren. So. So. Der muss jetzt hier weg. Ich hab's mir doch gedacht. Das sind ja noch scheiß Viecher. Kann man die anfackeln? Ah cool. Kann man tatsächlich. So. Geil. Und jetzt müssen wir den nämlich da oben hin machen. Da fühlt es hoch aus. Da fühlt es hoch aus. Und hier ist nix. Und weiter. Und hier ist nix. Und weiter. Da habe ich noch eine Art Pharaonen gehabt. Irgendwie so. Ich will was einführen. Hm. Aber was kann ich denn daraus für Nutzen ziehen, was man denn machen soll? Das ist mir nämlich noch nicht so schleierhaft. Aber wofür kann man die verwenden? Wenn rauskommt, tue ich ja nicht mehr. Der Omeh ist da auch nicht. Aber da wir mal sehen, wie es die Worte betrifft. Der Omeh ist da auch nicht. Das stimmt. Ist das nicht so. Der Omeh ist da auch nicht. Ich bin noch keinen Schritt weiter. Moment mal, ich hab da so ne Theorie. Ich will mal was ausprobieren. Irgendwann haut er nämlich nicht hin, weil ich könnte mir bestimmt auch vorstellen, den Großen wegzuziehen. Den hier! Ich bin noch nie. Ich bin noch nie. Weil, man könne doch den da hin schieben. Genau. Ja, jetzt komme ich da nämlich aus ne ganz brisante Idee. So, da hin. Und dann schiebe ich den hier hin. Und den anderen natürlich auch da hin. Ich würde mir gerne bessere Waffen, bessere Munition. Ja, nur deswegen. Stab des Anubis. Ich würde mir noch mal ein bisschen Heilung. Und Flammen. Soll ich mal das Geheimnis hinter diesem Grab herausfinden? Mal sehen, ob ich's lüfte. Ne? Hä? Hä? Ich raff das nicht. Ohne Scheiß. Was soll man denn machen? Öff. Ähm. Ich mein' nur, ich kauf keine Idee. Das nervt mich gerade voll. Was sollen wir denn hier machen? Muss ich weiß. Vielleicht hier oben Schieberätsel oder was? Ich weiß es nicht. Hm.